Und der ganz große Vorteil, die Pferde sind ausgeglichen, die bewegen sich den ganzen Tag. Das entstehen in der Gruppe, der Ranghöhere schickt dann schon mal ein rangniedriges Pferd weg und dadurch entsteht einfach immer Bewegung. Es gibt Untersuchungen von Aktivstellen, die Pferde mit GPS ausgestattet haben, bewegen sich die Pferde bis zu zehn Kilometer am Tag im Schritt. ... ... ...